Was ist eine Gesichtstransplantation? Eine Gesichtstransplantation ist ein medizinisches Verfahren, bei dem Gesichtsmaterial eines Kadawinspunders an eine andere Person transplantiert wird. Dieses Verfahren kann verwendet werden, um angeborene Geburtsfehler zu behandeln, die das Gesicht schwer beschädigt haben, und um ein Gesicht zu ersetzen, das infolge eines Traumas beschädigt wurde. Die erste Gesichtstransplantation fand in Indien statt, und es war tatsächlich eine Gesichtspflanzung, bei der das Gesicht eines jungen Mädchens nach einem landwirtschaftlichen Unfall abgerissen wurde. Die Grundlagen für diese Transplantationen wurden geschaffen, als die Ärzte mit der Transplantation anderer Organe und Gewebe begannen. Die Tatsache ist ein besonders schwieriger Bereich, in dem gearbeitet werden muss, da er so sichtbar ist und Fehler und Unstimmigkeiten offensichtlich sind. Die Sichtbarkeit des Gesichts ist jedoch eines der Dinge, die die Transplantation eines Gesichtes für rekonstruktive Chirurgen so reizvoll machen, weil ein stark vernerbtes oder beschädigtes Gesicht eine schwere soziale Belastung sein kann und eine Gesichtstransplantation das Potenzial hat, jemandem mehr zu geben vertrauter und normaler Ausdruck. Die Alternative zu diesem Transplantat sind Hauttransplantate, die vom Körper des Patienten oder von einem Spender genommen werden und eher einer Decke ähneln als einem Gesicht. Es gibt zwei Arten von Transplantationen, teilweise und voll. Bei einer Teilgesichtstransplantation wird nur ein Gewebeabschnitt von einem Spender entfernt und auf das Gesicht des Empfängers implantiert. Bei einer vollständigen Transplantation wird das gesamte Gesicht verwendet, und bei einer Gesichts- und Kopfhauttransplantation wird auch die Kopfhaut transplantiert. In allen Fällen ist die Operation sehr komplex und der Patient muss lebenslang Immunsuppressiva nehmen, um eine Abstoßung des Spendergesichtes zu verhindern. Ein französischer Arzt führte 2005 erfolgreich eine partielle Gesichtstransplantation bei einer von Hunden schwer misshandelten Frau durch, und einige Krankenhäuser begannen kurz darauf, das Verfahren zu untersuchen. Wie viele innovative Operationstechniken in den ersten Jahren wurde diese Transplantation zunächst als sehr experimentell betrachtet und eine Reihe von Studien wurden durchgeführt, um sie so sicher und effektiv wie möglich zu machen? Wenn eine Gesichtstransplantation durchgeführt wird, übernimmt der Empfänger nicht die Merkmale des Spenders. Nur die Haut des Gesichts wird transplantiert, wobei die darunterliegende Muskel- und Knochenstruktur vom Spender stammt. Das resultierende Gesicht wird oft als Hybrid zwischen Spender und Empfänger beschrieben, da das neue Gesicht nicht perfekt zum alten passt. Bei jemandem mit Geburtsfehlern, der sich für eine rekonstruktive Gesichtschirurgie entschieden hat, wird das neue Gesicht völlig anders sein als das vorherige.